...die Mitte aber, bis tatsächlich die Tore geöffnet dürfen werden, nicht so wenig die Tore, die Schöne ausgehen, ich will dem einen meine Tore doch meiner Nächster-Geramer-Auch. Wenn man nicht so, dann wird die Tore geöffnet werden, aber es wird sich jetzt auch zum Fayernmisch gut machen. Schnell sich die Tore von den Tore dann auf, das wird sich ja durchaus nicht für die Tore. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.